Yeah, MC Fritti, Halbfinale, RRW, gegen Kosmik, Kosmetik, lustig G-Deep, yeah, ich mach diesmal auch kein gutes Video, lohnt sich ja überhaupt nicht, ich wünsch mir Peter Trigger zurück, yeah. Rack und Rap Battle, Kosmik, seit es jetzt vorbei, du bist unterdurchschnittlich und nennst das, du nie hier ein, als bei Lachen oder Weinen, meine Entscheidung steht fest, ich werf dich raus, indem ich deinen Körper einfach satzfette, mit dem Schwert, dass ich Feuer im Peter Trigger zwetten, Bauchramte, Schauschlampe, Haken, Lebertotix, werd meine Faust fangen, Aubacke, wieso krieg ich denn den Schenktesten von allen, da wenigstens wird bis zum Finale die Spannung beibehalten, ja klar, ja, ich flieg mit einer Art der Musik, hast du keine Chance gegen mich, fahr deinen Atem und flieh, sie ist warm, Ich bin wahnsinnig tief, was, die Stimme von dem Korpsmik, da bin ich neidisch, doch bei seinen Texts hin, konnt ich potzen, Zweckreim, Massaker, und zwar vom Feinden, keinen anderen guten Reim, echt starke Leistung, du bist der Punch, dein King, lockere mich anhand deiner Bewegung, merkt man, dass du hier das Opfer bist, Ey, yo, setz dich auf ne Passband und such dir schnell nen Beat aus, Kosmik, es ist egal, man, du fliegst raus, es gibt keinen Beat, der was Gutes aus dem Scheiß macht, das ist das Halbfinale, Mensch, das war ja einfach, Dieser kleine Spassi kommt zu weit, man, das geht doch nicht, Kosmik hat eine schlechtere Videoqualität, von seinem Flow wollen wir gar nicht versprechen, wie wirst du mich mit gesprochenem Tätseln verletzen? Kosmik ist der Beste im Turnier, ne, Kosmik ist der Zweitbeste im Turnier, ne, ach man, alt Mann, was hältst du von dir, wenn dich niemand wirklich braucht, bist du hier exekutiert, keiner rette dich hier, du bist schlecht und verliert, M-Station, MC-40, du hässlicher Knir, kleiner Brillenträger, siehst du durch die Maske was, hältst du dich viel gut und haben die Runden Spaß gemacht? Ich denke mal schon, doch du musst schlechte Reime googeln, werden es gegen mich mehr sein als 6,5 Minuten? Ich würde mich ja freuen, wenn du schon weggelaufen bist, denn so oder so lohnt sich der Aufwand nicht, schon etwas traurig nicht, du im Halbfinale, ich finde irgendwie, das ist schon ne scheiß Blamage, weil eben alle anderen besser sind als du, und das reicht doch schon als Argument, du Opfer. Eyo, setz die offene Parkbank und such dir schnell nen Beat aus, Kosmik, es ist egal, Mann, du fliegst raus, es gibt keinen Beat, der was Gutes aus dem Scheiß macht, das ist das Halbfinale, Mensch, das war ja einfach, dieser kleine Spassi kommt zu weit, Mann, das geht doch nicht, Kosmik hat eine schlechtere Videoqualität als ich, und von seinem Flow wollen wir ja gar nicht ersprechen, wie willst du mich mit gesprochenen Sets enternetzen? Ja, eigentlich hätte ich voll Bock gehabt, noch mehr zu machen, aber du bist einfach viel zu behindert, und ich mag dich einfach nicht, deswegen mach ich jetzt hier einfach Schluss.